alles klar leute herzlich willkommen zum nächsten video ihr seht oben das schild ich weiß nicht ob es im super weitwinkel so gut erkennbar ist carapaz bzw auf meiner karte steht niger pass auf jeden fall richtig aussprechen ich bin mal gespannt ich weiß jetzt nicht welcher pass es ist oder ob es jetzt beide kombiniert wir fahren jetzt einfach mal hier hoch niger pass carapaz okay ich bin gespannt panorama ist auf jeden fall sehr sehr schön so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gleich geht's ab. Laut Google Maps sehe ich nur die ganzen Serpentinen gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 halten wir mal kurz hier an und machen ein Foto ein Foto Gibt's da wohl was zu essen? Ich schau mal gerade, weil dann würde ich nämlich hier was essen. Ich habe Hunger, ich muss aufs Klo. Ich glaube, das würde da oben alles befriedigen. Tatsächlich oben gewesen zum Essen. War sehr, sehr lecker. Käseknödel. Das ist das Kloch. Die neue Kloch. Die Kloch. Das ist das Kloch. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis hierhin tatsächlich der Niger-Pass und ich beende das Video nämlich jetzt an der Stelle, denn wir machen im nächsten Video mit dem nächsten Pass weiter, sonst werden die Videos zu lang. Bis dahin alles Gute, Peace Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!